Servus Leute! Sollte man jetzt eine Überschusseinspeisung mit der Photovoltaikanlage bauen oder braucht man eine Inselanlage, ist vielleicht Null-Einspeisung das Richtige für mich. Und um genau diese Themen soll es gehen. Ständig kriege ich Fragen dazu, wo es das beste System ist und da schauen wir heute mal. Gleich vorneweg muss ich mal sagen, das beste System, das gibt es gar nicht. Weil die Anforderungen an das Ganze immer anders sind. Jeder Haushalt ist anders, die Stromverbräuche sind anders, wie viele Personen sind drin, was möchte man Geld investieren, was hat man für ein Dach zum Beispiel zur Verfügung. Es ist schwierig, das pauschal zu sagen, aber was man wissen sollte, ist die Unterschiede. Als erstes müssen wir mal unterscheiden, Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen oder Netzunabhängige. Die Netzgekoppelten gehen wir gleich im Einzelnen durch. Das wäre für die meisten in Frage gekommen. Die vom Netz getrennten Anlagen, das sind die sogenannten Inselanlagen, über die sprechen wir später. Das ist zum Beispiel das Grundprinzip der Netzgekoppelten Photovoltaikanlage. Man sieht, das öffentliche Stromnetz wird über den Bezugszeller ins Haus reingeführt, in das Hausnetz. Am Hausnetz angeschlossen ist dann, waschen wir schon den Laptop, wie es da angezeichnet ist. Das ist der Bezugszeller, da wird gemessen, wie viel Strom das man bezieht. Das ist der Zeller, den wir auch hätten, wenn man gar kein Photovoltaik oben hat. Wenn jetzt ein Photovoltaik dazukommt, haben wir dann einen Wechselrichter, das soll es jetzt nicht gehen, und dann haben wir einen Einspeisezeller, nenne ich den jetzt mal. Ob das dann später zwei Richtungszeller wird, Energiezeller, weil wir nicht nur wieder einspeisen, sondern einen Eigenverbrauch haben, um das geht es dann im Speziellen. Das ist jetzt einmal das grundsätzliche Schema einer Netzgekoppeltenanlage. Da bleibt nach wie vor der Netzanschluss da. Mit der Photovoltaik tun wir, je nachdem, was man für eine hat, stromsparen. Das heißt, wir erzeugen mal viel Strom, oder wir erzeugen selber Strom, den wir selber verwenden, und wenn der Strom, den wir selber erzeugen, nicht reicht, wird halt von der Photovoltaikanlage was, vom Netz, vom öffentlichen Netz was dazugenommen. Kann natürlich Mittagszeit oder tagsüber, wenn feisone ist, kann durchaus sein, dass wir so viel Strom selber produzieren, dass wir den selber gar nicht verbrauchen können. Dann könnten wir den einspeisen. Das ist die sogenannte Überschusseinspeisung. Also wenn wir einen Überschuss haben, speisen wir ihn ein. Dafür gibt es dann ein paar Cent pro Kilowattstund. Der Vollständigkeit halber zeige ich Ihnen einmal diese sogenannte Volleinspeisung. Die wird aber eigentlich kaum mehr für einen Einfamilienhausbesitzer von Interesse sein. Bei großen Freiflächenanlagen und so weiter ist das wieder noch eine andere Geschichte. Aber ich sage jetzt einmal, keine Ahnung, 10, 15, 20, 25 kW auf dem Haus ist sehr schwierig. Man sieht es aber, man hat nach wie vor vom Stromnetz einen Verbrauchszeller, also diesen Bezugszeller, an dem das Hausnetz dran hängt, wo alles im Haus angesteckt ist. Das heißt, man bezahlt nach wie vor für den Strom, den man braucht. Den Strom, den man erzeugt, der geht in das eigene Haus gar nicht rein, sondern der wird halt über Wechselrichter durch einen Einspeisezeller ins Stromnetz eingespeist. Und das, was der Einspeisezeller anzeigt, bekommt man vergütet. Pro Kilowattstund, so und so viel Cent. Natürlich, ich habe das vorhin schon einmal angeschnitten. Leider Gottes, früher hat sich das einmal rentiert. Da war es so, da hat man dann 40, 50 Cent, weiß ich nicht, Pfennig für Kilowattstunden gekriegt. Jetzt ist das relativ wenig, sodass sie in diesem kleinen Bereich bis 30 kW, möchte ich jetzt mal sagen, vielleicht sogar mehr, der Eigenverbrauch am meisten nutzt. Und zu dieser Anlage möchte ich jetzt kommen. Das ist jetzt das Schema einer Photovoltaikanlage mit Überschusseinspeisung. Man sieht, das öffentliche Stromnetz wird ins Haus geführt. Da haben wir dann einen Stromzellerbezug und Einspeisung, einen sogenannten Zweirichtungszeller. An diesem Zweirichtungszeller wird einmal der Bezug gemessen und einmal das, was vom Wechselrichter nach außen ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Drum Überschuss. Das heißt, das Solarmodul erzeugt im Wechselrichter Wechselstrom. Aus diesem Wechselstrom werden gleich die Verbraucher gespeist. Man kann natürlich eine Batterieanlage dabei haben. Wenn man in die Batterie einspeist, hat man auch was für später, wenn zum Beispiel jetzt die Photovoltaik keinen Strom liefert, nachts oder im Winter zum Beispiel. Natürlich mal dahingestellt, ob da überhaupt irgendwas produziert wird. Das heißt, in erster Linie ist es so, dass der selbst erzeugte Strom von der Photovoltaik selbst verbraucht wird. Wenn noch mehr da ist, wie verbraucht wird, wird die Batterie voll gemacht. Und wenn die Batterie voll ist und der eigene Strombedarf gedeckt ist und man einen Überschuss hat, dann wird dieser Überschuss ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Das wird natürlich wieder gezählt und für die eingespeiste Kilowattstunde bekommen wir wieder ein paar Cent gutgeschrieben beziehungsweise ein paar Cent bezahlt. Allerdings ist das, was wir einspeisen, schlechter bezahlt. Also kriegen wir nicht so viel, wie wir dafür zahlen müssen, wenn wir einen Strom kaufen. Jetzt komme ich in dem Video noch zu einer Geschichte, die ein bisschen in der Kritik steht. Das ist die sogenannte Null-Einspeisung. Die Null-Einspeisung ist in erster Linie auf sehr hohen Eigenverbrauch ausgerichtet. Also da geht es dann auch darum, wenn man vielleicht später sogar ein Elektroauto mitladen will und so weiter. Das Prinzip ist aber eigentlich das Gleiche wie bei der Überschuss-Einspeisung. Nur, dass man halt nicht einspeist, aber vom Schaltungsprinzip her, also vom Stromnetz wird über den Verbrauchszähler, das heißt der Bezugszähler, ermittelt, wie viel Strom lassen wir mir einkaufen. Unsere Photovoltaikanlage ist wieder das Gleiche. Speist in eine Batterie, dann haben wir Wechselrichter natürlich wieder, dass der richtige Wechselstrom rauskommt. Geht dann auch ins Hausnetz und dann läuft das aber so, immer wenn jetzt zum Beispiel das Haus, also der Verbrauch vom Haus, egal ob das durch Waschmaschine oder durch welche Geräte auch immer, zum Beispiel jetzt 1500 Watt gerade verbraucht wird, liefert diese Null-Einspeisungsanlage genau den gleichen Gegenwert oder fast den gleichen Gegenwert auch und drückt es zurück. Das heißt, es werden dann genauso viel von der Photovoltaikanlage mit diesem Wechselrichter, Batterieanlage, genauso viel, wie das Haus aktuell braucht, werden freigeben. Das bedeutet, dass im Prinzip der Zähler sich nicht dreht und die intelligente Regelung, die in den Geschichten drin ist, da gibt es dann noch einen Messsensor, der Wechselrichter hat einen Messsensor, der dann genau ermittelt, wie viel Strom das Haus gerade braucht und genauso viel scheußt er dagegen. Wir müssen nur garantieren, und das können bestimmte Anlagen, wir müssen nur garantieren, dass wir nicht einspeisen, also Null-Einspeisung, was auch wiederum ein kleines bisschen falsch ist, weil jeder Zähler, der eingebaut ist, hat eine Toleranz und ich glaube, die geht 500, 600 Watt oder 300, 400 Watt da darfst du mich nicht erschlagen. Es ist nur so, wenn kurzfristig mal irgendwie 100, 200, 300, 400 Watt eingespeist werden, ist das überhaupt gar kein Problem. Die Messtoleranz von jedem Zähler darf halt nicht überschritten werden. Sollte aber die komplette Anlage, das ist das Gute eben dran, sollte die komplette Anlage jetzt zum Beispiel nicht in der Lage sein, weil man selber keinen Strom nicht produzieren kann, bei der die Leih ist in der Nacht zum Beispiel, dass man dagegen haltend, würde aber trotzdem das komplette Haus durch den Verbrauchszähler Strom erhalten und somit nicht auf dem Trocknen sitzen. Viele meinen jetzt, die sogenannte Null-Einspeiseanlage muss nicht angemeldet werden. Das stimmt aber so nicht. Eine Null-Speiseanlage kann nicht ohne eine Anmeldung betrieben werden. Der Unterschied der Null-Einspeisung gegenüber einer normalen PV-Anlage ist, dass sie nur dem Eigenverbrauch dient. Im Gegensatz zur Inselanlage ist die Null-Speiseanlage aber dennoch mit dem Stromnetz verbunden. So kann im Notfall trotzdem noch Strom bezogen werden. Wann ist eine PV-Anlage ohne Anmeldung nötig? Außer diese kleinen Balkon-Kraftanlagen, Balkon-Kraftwerk-Anlagen, 600 Watt, boit 800 Watt wahrscheinlich, hoffentlich. Grundsätzlich nur noch die Inselanlage. Eine PV-Anlage kann ohne eine Anmeldung betrieben werden, wenn keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz besteht. Eine solche Solaranlage wird dann als Inselanlage bezeichnet. Die Leistung der Inselanlage spielt dabei keine Rolle. Es kann sich um ein Balkon-Kraftwerk handeln, wie ich gerade erwähnt habe, oder um eine komplette PV-Anlage mit Stromspeicher. Vorteil einer solchen Inselanlage ist, dass der Haushalt komplett autark und unabhängig mit Strom versorgt werden kann. Der Nachteil ist aber, dafür muss die Photovoltaikanlage jedoch eine überdimensional hohe Leistung haben. In Notfall kann nämlich kein Strom aus dem Netz bezogen werden, da keine Anbindung besteht. Die Kosten einer so großen Solaranlage sind deshalb so hoch, dass sie in der Regel sich wirtschaftlich nicht rentieren. Und vor allem, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt da heute in Deutschland bin, was mache ich in den Wintermonaten? Was mache ich dann? Ich kann ja eine Photovoltaikanlage gar nicht mit so einem großen Speicher ausrüsten, damit das reichen würde. Das heißt, im Normalfall brauche ich immer eine Netzanbindung. Das Ganze sollte eigentlich jetzt zeigen, was es da für Möglichkeiten gibt. Jetzt gibt es natürlich, wie immer bei uns in Deutschland, Riesenstreitereien. Einer sagt, nein, das mit der Anmelderei, das will ich gar nicht, ich mache die Nulleinspeisung. Ich mache das. Der Gegner da davon, beziehungsweise der Energiewendebefürworter schlechthin sagt, das ist so egoistisch, damit betreibst du keine Energiewende oder treibst du nicht voran oder nicht viel genug voran, weil du auf deinem Tag viel mehr Photovoltaik aufzubringen tätst und den Überschuss einzuspeisen, wäre für die gesamte Bevölkerung, für das gesamte Netz viel, viel besser. Wie ich schon gesagt habe, der Nulleinspeiser, der sagt aber, ja nein, es legt mir so viele Steine in den Weg. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Solange wir die Netzbetreiber, beziehungsweise angefangen schon von der Gesetzgebung, Gesetzgebung, Netzbetreiber, nicht für ein vernünftiges Messsystem, Infrastruktur, Speichermöglichkeiten, überhaupt Stromerzeugungsmöglichkeiten sorgen, ist mir das vollkommen egal und ich schaue nur, dass ich irgendwie aus der Affäre rauskomme, dass ich zum Beispiel nicht mehr 5000 Kilowattstunden im Jahr Strom kaufen muss, sondern vielleicht nur noch 2000 oder nur noch 1000. Das ist der Nulleinspeiser. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich persönlich habe lange hin und her überlegt, welches System ich bei mir jetzt dann installiere. Ich bin auch zu einem guten Ergebnis gekommen, das werde ich aber da jetzt nicht breitreden. allerdings würde mich wirklich interessieren, wie es ist, das Ganze seht. Schreibt es mir in die Kommentare, hat es es mehr für Überschusseinspeisung, hat es es mehr für die Nulleinspeisung oder vielleicht sogar Inselbetrieb. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat und ein ganz bisschen genutzt hat, tut es bitte meinen Kanal abonnieren, das würde mich weiterbringen. Bis zum nächsten Video, für euch, ciao. Ciao.